Oh Gott sei Dank. Boah, ich möchte nicht wieder zuerst sterben. Also nicht wieder ganz am Anfang. Ich möchte auch mal jemanden sehen. Ich möchte auch mal eine Leiche sehen, Leute. Ich möchte wirklich mal jemanden reporten. Es ist mir egal, wer. Hauptsache, ich reporte mal jemanden. Weil es kann doch nicht wahr sein, dass ich... Oh, das ist ja ganz praktisch. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich immer sterbe. Hat was Kai mich jetzt gecheckt? Ich werde das Imposter-Skills sehen. Dann empfehle ich dir, auf die Stream-Aufzeichnung auf YouTube zu warten. Ich gehe jetzt Richtung Licht. Denn ich habe jetzt schon zwei Imposter-Runden hinter mir und meine erste Imposter-Runde, die war einfach so gut. Also ich lobe mich ja selten selbst, aber die war so gut. Toll, jetzt bin ich hier. Was mache ich jetzt? Ich musste einfach hier nach links. Glaube ich. Ne, ich war falsch. Ups. Oh mein Gott, wo bin ich? Wo bin ich? Warte. Du bist in Among Us. Ja. Ich wollte eigentlich zu den Lichtern und bin dann runtergelaufen. Also muss die Leiche... Sie war draußen. Fusion, Communications und Weapons. Ich habe Peru gesehen. Ich habe Anna gesehen. Ich habe Nina gesehen. Ich habe auch Anna gesehen. Ich habe Karkain gesehen. Ich bin ganz alleine Specimen und mach dir durch den Gäste. Und Mini würde ich auch safen. Wir waren eigentlich relativ viel zusammen, weil sie hat auch Kontrollgänge gemacht. Ins Dropship ist sie nochmal hoch. Aber sie war gerade die ganze Zeit mit mir zusammen. Da, wo du da rauskommst. Ich habe mich so ein bisschen verfolgt, weil ich gucken wollte, ob du die Aufgaben richtig machst. Und Sims Arrow, warum hast du so lange gebraucht? Weil mein Chat gerade wirklich gerade zugespampt wird, wie ich diese Mausanzeiger... Ich habe es wirklich probiert habe. Ich weiß aber nicht, ob es in-game ist oder außerhalb. Deswegen habe ich gerade ein bisschen kommuniziert. Aber zur Beruhigung, ich habe die Öl-Kanister-Dingsrums vollgemacht. Okay. Also, ich glaube, Misha ist relativ safe, weil wir waren gerade zu zweit eingesperrt bei Electrical. Ja, stimmt. Ja, kann ich bestätigen. Also, Misha, Juli, Nina, Sims Arrow. Ihr wart jetzt auf jeden Fall nicht in der Nähe des Kills. Ich glaube auch, dass es tatsächlich nicht so ein Imposter ist, der es so oft schon war, weil die Tür nicht zu war bei Electrical. Und normalerweise machen die Leute, die das öfters machen, ja auch dann die Türen zu. Also, es war jetzt auch in den letzten Runden so, dass meistens, wenn das Licht ausgegangen ist, die Türen auch zu waren. Dann, glaube ich, war es ein Self-Report. Ich wurde vorhin auch schon ein bisschen beschuldigt, als ich mal bei den Lichtern war. Immer, wenn ich die Lichter fixen gehen möchte, werde ich beschuldigt. Das kann natürlich sein. Also, ich skippe. Ich habe auch geskippt. Bis gleich. Okay. Also, ich nehme mich jetzt ein bisschen vor Pero in Acht, weil das könnte halt wirklich sein. Und immer, wenn ich sage, ja, ich glaube, es war der und der einfach so aus Spaß, dann ist es die Person lustigerweise auch voll häufig. Ah. Meine Güte. So. Da draußen habe ich noch eine Task. Ah. So. Ah, ich weiß nicht, ob ich da hingehen sollte oder nicht, aber ich mache es einfach. Ich gehe das Risiko ein, auch wenn ich höchstwahrscheinlich getötet werde. Oh Gott, das sind zum Glück mehr als einer, die da hingelaufen kam. Oh, schnell weg. Ne, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt das Besse, Mann. Ich versuche es einfach. Versuche einfach, dein Leben hinzukommen. Oh nein. 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das wäre schwierig. Aber wo ist Pascal? Heute bin ich allein hier drin? Oh Gott sei Dank. Wer war da? Nein! Shit. Jetzt bin ich voll sassbestimmt. Ich will doch nur da oben raus. Okay, es sind zwei Leute im Spaciman. Drei sind im Electrical. Einer ist oben beim Office. Okay, es sind drei im Spaciman. Boah, ich wirke jetzt locker so sass. Wieso kriege ich nicht mal eine Runde hin, ohne irgendwas Dummes zu machen? Da ist Becky. Okay, ich muss jetzt warten. So, jetzt gehe ich dahin, wo ich... Nee, falsche Richtung. Leute, ich kenne die Wege nicht. Sie sind ausgeschildert, aber ich kenne die Wege nicht. Ich drehe jetzt hier einfach mal ein bisschen am Rad. Okay. War das andere Rad? Ah, ich finde diese Aufgabe so ätzend. So. Becky und Pero. Ich habe das Gefühl, es ist Pero. Ich mache jetzt die Tasche, dann gehe ich da unten nochmal rein und dann gucke ich, ob da eine Leiche liegt. Wenn da eine Leiche liegt, war es Pero. Achso, ich muss sie abmachen. Okay. Okay. Keine Leiche, ich bin zufrieden. So. Was habe ich denn noch? Okay, sie haben es gefixt. Das ist klar. Oh, Communications. Stimmt, da war ja was. Ich bin so gestresst. Oh nein. Ich bin so gestresst. Okay. Ich bin so gestresst. Okay. Okay. So, dann muss ich da runter. Und dann habe ich alle Tasks. Und? Ich lebe noch. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich alle Tasks dann geschafft habe, während ich lebe. Ist das Licht schon wieder aus? Oh nein. Oh, ich habe alles geschafft, oder? Ja. Oh, Gott sei Dank. Hä? Okay. Das war jetzt seltsam. Okay. Ich gehe mal zu den Kameras. Alles klar. Hallo. 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 Also, ihr seid alle an Julis Leiche vorbeigelaufen. Sie war in Weapons, glaube ich, war ich jetzt gerade. Ja. Ich war aber gar nicht in Weapons. Ich meine, es war nicht so gemeint, dass ihr das nicht macht, sondern im Sinne von, ja, man weiß, wie lange sie da lag. Ich bin ihr nämlich tatsächlich gar nicht begegnet. Also nicht, dass ich mich... Aber du bist ja doch begegnet, weil du sie reportet hast. Ja. Aber vorher nicht. Und ich weiß, dass ganz viele alle in Leitzgrad waren. Ja, aber ihr wart schon fertig, als ich kam. Und wie das erste Mal so blöd waren, den Code da als richtig zu machen, da mussten wir alle nochmal ran. Ja, ihr standet da alle, genau. Und ich bin da nicht noch auf den Stack rauf, weil ich Angst hatte, dass es wieder ein Stack wird und ich wollte nicht weg. Ja, deswegen bin ich da auch weg und bin jetzt bei Nina in Security drinnen. Da war ich jetzt auch. Ich fand das erste Mal schon komisch, wo das Licht ausging. Da habe ich das Licht alleine gefixt. Das Licht ging wieder an und Misha ist rechts aus der Ecke vorgesprungen. Wolltest du mich töten, Misha? Nein, ich hatte Angst vorms Deckel und ich wollte wissen, ob du wirklich eingebst oder nur so tust, weil das machst du nämlich auch ganz gerne. Nein, ich habe das wirklich eingegeben. Ja, das habe ich dann auch gesehen. Deswegen bin ich dann auch wieder zurückgelaufen. Du hast auch ein bisschen lang, Sims Arrow, du standst auch oben rechts am Reaktor, oder? Ja. Hast du da die ganze Zeit schon gedrückt? Weil irgendwie sind links Nina und noch wer anders hochgelaufen. Bin ich nach rechts gelaufen? Ja, ich bin auf dem Auto ewig gedauert. Ja, und dann erst als ich hochkam, hast du gedrückt, hattest du den Eindruck? Becky, ich bin das. Hi. Hi. Selber habe ich mich auch gewundert, weil du standest ja vor mir da. Nein, das stimmt nicht. Ich bin nachgekommen. Ja, dann ist er es leider, weil er hat dann erst gedrückt, als ich kam. Hat da wohl gewartet. Ich war ja an den Camps und habe beobachtet und ich, also, Pero ist die Einzige, die ich da rumlaufen, also habe rumlaufen sehen, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, also es kann natürlich sein, dass sie da hingekommen ist und dann die gleiche gefunden hat, aber Also Sims Arrow hat eben gelogen, I'm just saying, hat eben gelogen. Merkt euch das für die Zukunft. Ja, wir können selbst nicht verfallen. Jenny, was sagst du, was sagst du? Bei Admin sieht man, wenn jemand tot ist, ist die dann weg, die Figur, wenn man das beobachtet. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich Pero jetzt hinterher laufen sollte, weil ich habe keine Tasks mehr. Oder ich gehe... Nee, Lifeline wäre jetzt Schwachsinnig, weil wir leben ja jetzt alle noch. Die Runde hat ja gerade angefangen. Communications, Weapons und Office sind zwei. Repertory sind auch zwei. Ja, die Tasks und Communications... Oh, das ging jetzt schnell. Ähm... Oh, nee, da ist Pero. Oh je. Oh je. Ich habe halt einfach keine Tasks mehr offen. Was soll ich denn jetzt großartig machen? Oh nein. Nein. Okay, ich hoffe, mich schon mal bereit zu drücken. Vielleicht ist das jetzt auch einfach mein Todesurteil. Vielleicht habe ich aber auch jetzt jemandem das Leben gerettet. Vielleicht aber auch gar nichts davon. Oh Gott. Wo sind sie? Da war Nina. Und da ist Minnie. Okay. Ah, Misha ist hier. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo hier jemand sein kann. Warum? Okay, ich dachte, da wollte jetzt jemand eine Leiche verstecken. Ah, okay, jemand hat ein paar Türen zugemacht. Gut, gut. Ich vertraue Misha irgendwie nicht. So, wir sind hier einfach zu viert. Ich schaue jetzt mal auf der anderen Seite nach. Da kommt Nina. Wenn jetzt hier eine Leiche liegt, liegt sie natürlich nicht. Ach, Leute. Leider, leider, leider. Wäre schön, wenn ich mal jemanden finden würde oder irgendwas Offensichtliches sehen würde. Gelb ist tot. Wo ist Gelb? Wo ist Gelb? Gelb könnte ein Specimen sein. Ja, Gelb könnte höchstwahrscheinlich ein Specimen sein. Ich gehe jetzt einfach ein Specimen. Okay. Ich habe absolut nichts gesehen. Ich weiß auch nicht, wer Becky ist gestorben. Die Leiche liegt auf der Höhe, ja, ich würde sagen, unter Security draußen. Unter Security draußen. Wisst ihr, was ich meine? Beim Gang von Electrical Security. Also, ja, aber dann draußen. Also nicht im Gebäude drin, sondern da, wo der Gang zwischen von O2 hoch zu Electrical ist. Und da war da auch vor. Also, du bist doch gerade an mir vorbeigerannt, Ninti. Ja, und dann habe ich die Leiche gefunden. Wo auch ein Wend ist. Genau. Okay. Also durch die Kameras habe ich nur Mini-Moli und Nina gesehen, gerade. Auch in dem Bereich unten. Bei diesen beiden Rädern. Ja. Den Dingern, wo genau jetzt? Bei den Rädern, unter den O2. Unter der O2. Also da bei dem Müllding. Genau. Ja, da war es. Aber die Leiche liegt draußen unter der Kacke. Oder, Nina? Genau, ja. Da, wo der Wend ist. Also ich würde jetzt mal behaupten, es war kein Self-Report, weil ich war gerade beim Admin-Table. Also ich war zuerst bei Lifeline, habe gesehen, Gelb ist tot, war dann im Admin-Table und war dann auf dem Weg zum Specimen-Room, weil da jemand war und ich dachte, da liegt die Leiche. Und das heißt, das Wort ist schon eine Weile her. Okay, also da war die noch nicht tot. Hä? Ich war bei Lifeline, da war Gelb tot, dann wollte ich die Leiche finden und deswegen war es kein Self-Report, meiner Meinung nach, weil das so lange gedauert hat. Ich habe dich quasi jetzt beschützt. Piro, wo warst du? Ich war hinten bei den Steinchen, wo man diese Fossilien macht. Ach, du warst im Specimen-Room, okay. Ach ja, so ist das genau. Da wollte ich gerade hin, ich war gerade im Deacon. Ich war hinter Nina. Okay. Ich habe Nina mir vorbeihuschen sehen. Wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Okay, das Licht ist aus. Ich laufe jetzt erst mal zum Licht. So wie alle anderen wahrscheinlich. Wir werden das schon hinkriegen. Wir werden schon rausfinden, wer Impostor ist. Wie gesagt, ich war ja gerade beim... Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist Pascal, aber ich habe keine Beweise dafür. Ich folge jetzt einfach mal Chris. Da ist Nina. Ich vertraue Nina so ein bisschen. Ich habe euch im Blick, Freunde. Ich habe euch im Blick. Okay. Okay, ihr könnt das natürlich auch ein bisschen verkacken, deswegen kann das ein bisschen länger dauern. Nina ist da unten. Ich habe so Angst, zum Lifeline zu gehen, um zu gucken, ob da jemand tot ist. Ah, komm's. Okay, gut. Dann war ich da jetzt vollkommen umsonst. Wo macht man das dann? Okay, Nina macht das. Ich hoffe, dass sie das hingekriegt. Genau, hinkriegt. Ah, ja. Also, ich weiß nicht genau, wer es war, aber ich habe Pascal alleine gelassen bei den Kameras, bin dann zu Atmen gegangen, habe gesehen, dass zwei Leute von Kameras sind. Und es wird wieder zu Kameras hochgegangen, Pascal lag da halt, so. Ich glaube, es ist Misha. Ich habe auch die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit Misha am Mini-Molly-M gefühlt. An den Camps hängst, und jetzt hängst du dann einmal nicht an den Camps, dann geht Mini da weg, und wenn sie wiederkommt, ist da jemand tot an den Camps. Ja, klar, ich war ja gerade an den Camps und bin dann runter zu, nicht O2, das da drunter, wo man die Kanister füllt. Das stimmt, da habe ich sie gesehen, ja. Also, ich bin zurückgegangen. Ich glaube eher, dass es Chris ist, weil eben ja schon gesagt wurde, dass Chris gelogen hat. Ja, und der ist auf uns drauf immer. Ja, das kann Andrea bezeugen, und Mini-Molly hätte mich eigentlich gerade sehen müssen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber du findest mich auch fast. Also, ich sage, wo haben wir denn noch? Ein oder zwei? Ich sage, zwei nicht auf Euro. Ich bin mir wirklich zu 100 Prozent, also sagen wir 95 Prozent. Willst du jetzt einfach auf mich gehen, um von dir abzulecken? Wer hat denn Chris gerade verteidigt? Ja, dann seid ihr da safe. Aber Anna hat es ja gesehen, wie wir zusammen gerade Weapons gemacht haben. Ja, da habe ich geguckt, ob einer von beiden gekillt wird, aber es ist niemand gestorben an der Stelle. Ich meine, ich könnte mich gerne rauswählen, dann habt ihr aber noch zwei Impostor unter euch. Und Pascal ist auch relativ, also er muss erst vor, keine Ahnung, sagen wir, drei Sekunden gestorben sein. Also, ich vote definitiv Misha, also, und danach Pero. Also, ich bin für Chris. Chris und Nina. Ich bin auch für Chris. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es Chris und Nina sind. Gut, Leute, gut. Ich hatte tatsächlich auch so einen Sass auf Misha. Also, wenn es, ganz ehrlich, wenn es Chris und Nina gewesen wären, die hätten mich beide in Weapons wegmachen können. Da war niemand weit und breit zu sehen. Es wäre relativ schnell gegangen. Wäre keine große Aufgabe gewesen. Sie hätten auch nicht so lange da rumstehen müssen. So, die Lichter sind an. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das Fenster zumache, ich fühle mich immer wie so ein kleiner Stalker, wenn ich hier mit rumstehe. Weil ich einfach nur gucke, was die Leute machen. Aber ich habe halt einfach keine Tasks mehr. Nina geht da raus. Nina ist noch hier. Ich gehe da mal unten lang. Können wir gleich die Chance nutzen, um die Türen zu öffnen. Ah, ich warte nur darauf, dass dieser rote Report-Button auf... Ich konnte es mir denken. Ich habe es am Anfang doch gesagt. Bist du 18? Ich bin 24, Mira. 24. Übrigens, hallo Animaus und hallo Fischi. Herzlich willkommen. Und danke fürs Folgen. Ich wusste jetzt einfach, dass es Pero war. Oh, ich bin so schlecht. Oh, Misha, es tut mir so leid. Wann hat das neue Map? Heute hat mir eben jemand im Chat geschrieben, ne? Cool, mate. Gut. So, ich gehe jetzt mal hier hoch. Ich kann das bezeugen. Hätte sie mir auf mich gehört. Ja. Also, ich bin ganz froh, dass sie... Wollten wir nicht die andere Map machen? Ja, ich bin dann auch ein bisschen verwirrt, weil ich dachte auch... Nee, das Geld. Das Geld ist so bar. Das hat sich keiner gewehrt. Und ich weiß nicht, wie die Maps heißen. Nina und Pero. Hier kenne ich mich zumindest so halbwegs aus. Also, mit halbwegs mein... Wow. Wow, Misha. Na gut. Dann macht euer Licht eben alleine. Ich wollte nur helfen. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich vielleicht überlebt. Aber hey. Das ist ärgerlich. Aber ich liege vor allem mitten im Gang. Das ist so ein richtiger Pero-Kill. Okay, ich glaube, Minnie hat mich reported, oder? Ja. Ui. Das ging fix. Schnell. Ja. Über... Weapons, glaube ich. Ich bin bei der Web... Bei der Map nicht sicher. Aber da, wo man die Coms fixen muss. Äh, weißt du... Was? Das ist Communications. Ja. Wappens ist Pew Pew. Ja, das ist oben rechts. Ah, okay. Dann lag sie über Communications auf jeden Fall. Ich lege da jetzt rum und chill mein Leben. Ja. Joa. Ich kann auch nicht sagen. Ein Lippe. Hast du sie gesehen, hast du? Oder bist du nämlich von unten lang gekommen? Das stimmt. Ja, lag sie... Also, nee, oder hast du sie da gesehen irgendwie noch? Weil... Nee, da war keiner. Aber ich hab wohin jemanden gesehen. Oh Gott, welche Farbe war das? Nina. Du bist doch... Du bist auch da runtergelaufen dann, oder? Hm... Von wo? Von... Also, du... Also, links sind... Nina, Becky und Anria als SSN gelaufen. Äh... Du meinst... Zu... O2. Weil... Ja, du bist ja nach links gelaufen am Anfang und bist dann wahrscheinlich... Nee, ich bin nach rechts gelaufen. Sie war rechts und wir sind beide dann rausgelaufen. Und rechts schwächer, ich meinte. Aber ich bin dann oben durch die Cafeteria. Also, ich bin nicht nach unten gelaufen, sondern ich bin oben durch die Cafeteria. Und dann zu Electrical und da war Sandra? Mhm. Das finde ich... Ja. Ja. Ja, keine Ahnung, Misha kam ja halt von unten und sie lag da jetzt halt da unten, aber... Wo lag die Leiche? Ja, die war... Communications. Im Gang. Direkt im Gang, in der Mitte. Ah ja. Und Misha kam dir entgegen? Ich war uns immer bei Shields und hab dann mal eine Task gemacht und bin dann hoch und halt jetzt durch Weapons und Cafeteria und bin... Ich hatte das Gefühl, nach meiner ersten Runde ging meine Leistung einfach bergab, bis jetzt zu dem Punkt, wo ich wieder als erstes sterbe. Ich war gar nicht dort. Ich bin da eben lang gelaufen. Ich weiß es nicht. Wie geht das aus? Ich skippe erstmal... Der Misha ist definitiv sass, weil sie ihn nicht getötet hat. Wir würden gerade... Ups. Rattchen. Ja, wir haben Pew Pew gemacht. Das rück ich dann. Ach, Leute. Leute, Leute, Leute. Ist anstrengend. Wobei ich finde, Geist sein ist noch okay. Ob er noch gar kein Follower war. Das ist nicht schlimm, Mira. Lieber Anführer sein als Follower. Hey, wie too fast. Danke fürs Folgen, Mira. So, da unten hab ich noch eine Task. Ich mach jetzt einfach mein Zeug und guck so, was die anderen machen. Ich glaube, Mini macht Tasks, weil sie kann ja nicht wissen, dass ich hier als Geist rumwusele und die Leute beobachte. Das. Ja, also ich würde grob behaupten, Mini ist safe. Außer sie springt jetzt in den Wind. Dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. So, das macht jetzt... So, das macht jetzt... Ah, wir, Mini. So, Misha ist an den Kameras, um auszuspionieren, für wen sie wo als nächstes killen kann. Ah, wieso sehe ich auch nie den zweiten am Poster? Unter dem Benzinkanister in Storage. Krass. Dann hättest du auch mich erwischen können, wenn ich schneller gewesen wäre als Arrow. Krass. Oh. Ich stehe nämlich die ganze Zeit in Security und da haben mich auch mehrere Leute gesehen. Nina zum Beispiel hat mich gesehen. Ja, und ich habe auch, ich war gerade da, wo man sehen kann, wer wo steht. Und da war immer noch eine Person in Security, also war Misha safe an den Kameras. Das macht dich nicht weniger sus. Ja, ich habe Misha auch an den Kameras gesehen. Also, ich war gerade in Coms. Aber sie ist da hingewendet. Und Sander und Becky aus Storage entgegengekommen. Zuerst Sander, danach Becky. Ich war aber oben bei Admin, somit von Admins nach Coms gelaufen. Mit Becky war ich aber vorhin in MedBay. Da haben wir... Ich will unbedingt den zweiten Imposter für die Fleshing gemacht. Also, ich bin mir sicher, dass es weder Chris noch Minnie sind. Da waren wir auch alleine. Ja. Aber wer könnte der zweite Imposter sein? Ich habe halt sonst niemanden gesehen, weil ich meine Tasks gemacht habe. Vielleicht ist das auch mein Fehler. Ich sollte weniger Tasks machen und mehr die Leute beobachten. Ich war unten und habe den Müll rausgeshootet. Also da, wo die Leiche... Dann hättest du die Leiche aber ja sehen müssen. Nee, ich stehe ja unten rechts. Ich stehe da ganz allein unten bei diesem kleinen Schalter. Ja, aber tatsächlich, du bist mir gerade noch bei Coms entgegengekommen. Und dann wollte ich hoch zu ihr. Ja, da hättest du es schon sehen müssen. Ich habe gar nichts gesehen. Ich vertraue mir auch. Ich war gerade zusammen noch mit Arrow, bevor Rest in Peace an dieser Stelle. Wir sind von Weapons to Navigation und dann halt so langsam haben wir da die rechte Flanke abgearbeitet. Hallo Lucy, wir kommen wir hin. Und er war ein bisschen schneller als ich, was sein Fehler war. Jetzt ist er nämlich tot. Was ist die Getötung? Wer da? Die Getötung? Weapons. Was ist mit Weapons? Du hast gerade gesagt, ihr wart Weapons und Navigation. Naja, Weapons haben wir das Pew Pew zu Ende gemacht, was wir letzte Runde angesprochen hatten. Und dann bin ich zur Navigation gegangen, habe dort die ganzen Sachen geklärt, die ich machen musste. Aber wurde das mit Torage gefunden? Aber er ist doch ganz woanders. Ja, er ist auch schneller gewesen als ich. Wir haben die rechte Flanke abgearbeitet. Und dann ist er da halt in seinen Verderbungsdach. Aber wo wirst du denn hergekommen? Er ist nicht von rechts gekommen. Dann haben wir hergekommen. Hä? Ich muss sagen, ich mag die Map hier sehr gern eigentlich. Ich mag aber auch die Polos mittlerweile. Oh, hier ist große Versammlung. Also ich würde sagen, die beiden sind safe. Pero und Nina. Außer, vorbei. Ich gehe immer so von meinem Skill-Level aus. Das würde dann Pero safen, aber Nina nicht so. Weil Nina ist manchmal ein bisschen cleverer als ich. Es steht schon wieder jemand an den Kameras. Okay, es ist Nina. So. Da ist Misha. Nina. Nicht in den Reaktor. Außer sie ist auch. Dings. Impostor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Okay, ich bin fertig. Also was ich gut kann, ist Tasks beenden. Ich glaube, Juli ist es auch nicht. Leuchten die Kameras eigentlich auch, wenn ich jetzt dran stehe? Nee, oder? Das dürfte eigentlich nicht sein. Ich glaube, das ist auch nicht so. Oh, hier liegt Minis Baby. Oh, Pascal ist tot. Mann, war das jetzt wieder Misha und ich habe es verpasst? Oder war das der andere Impostor und ich habe es verpasst? Also egal, was es ist, ich habe es auf jeden Fall verpasst. Ich finde noch raus, wer der andere ist. Ich habe keine Ahnung, wer überhaupt noch lebt. Ich glaube, Piro lebt noch. Da war Misha. Da war gelb. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich habe Pascal gerade im Electrical gefunden. Okay. Von wo kamst du? Ich kam von links und bin gerade noch Piro begegnet. Piro habe ich immer auf dem Scan gesehen, also würde ich... Wir waren doch zu dritt im Mad Bay, ne? Ja, ich habe mich auch noch... Hallo, heilige Kuh, herzlich willkommen und danke für dein Follower. Ich sage nur, weil Piro auch auf jeden Fall auf dem Scan stand. Genau. Sandra würde ich auch ausschließen. Die habe ich auch bei sehr, sehr vielen Tasks gesehen. Ja, ich bin jetzt auch fertig. Mir fehlt auch nur noch eine in... Ne, das sage ich nicht. Also Becken, besser. Besser ist. Ich habe erst... Ich war unten und habe meinen Kram da fertig gemacht und dann bin ich hoch und habe meine kleinen Gläschen abgeholt. Und jetzt gerade bin ich rechts und mache das Pew Pew Ding. Von dem, was Kai eben sprach. Aber ich bin auch niemandem entgegengekommen. Ich bin nur Nina entgegengekommen, als ich zu Mad Bay hochgelaufen bin von unten. Wer ist denn in... Also wenn jetzt noch beide Imposter drin sind, was ja der Fall ist, weil wir niemanden rausgebrochen haben, dann brauchen sie noch einen Reaktor, aber mittlerweile bin ich bei der Navigation. Ja, ich war gerade auch im Reaktor und habe Simon festgemacht. Und danach bin ich da runter. Okay. Also ich fand tatsächlich Juli das eine mal ein bisschen saß. Das war halt nur eine Kleinigkeit, aber weil mir halt sonst gar nichts einfällt. Und zwar, wo das mit dem Licht war unten, da ist sie irgendwie so komisch gelaufen. So ein bisschen verloren. Kann auch sein, dass sie auf die Karte geguckt hat, aber das ist halt das Einzige, was ich gesehen habe. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Minuten her. Wen hast du denn gesehen? Juli, dich. Achso. Nee, also ich bin's nicht. Also ich weiß nicht. Es sind noch zwei Imposter drin, oder? Ja. Ja, woran sieht man das denn? Na, weil wir keinen E-Tick-Kart auch noch ausgelaufen haben. Ach, okay. Ja, doof von mir. Ja, es fehlt ein Double-Kill, ne? Wo ist Misha hängelaufen? Ich hab das Gefühl, dass es Juli ist. Oder auch nicht. Ach, das ist jetzt natürlich optimal eigentlich. So einer oben, einer unten und dann Double-Kill. Da ist Misha. Ja, oder auch nicht. Hm. Also Perro liegt beim anderen O2 und mir kam eigentlich gerade nur Becci entgegen. Becci war auch, könnt's auch wollen schon bei Stim-Storeau im Storage gewesen sein. Was? Wo lag der? Ich bin oben zu dem oberen O2 gelaufen, dann standen da schon zwei Leute, dann wollte ich runter und dann kamen mir von dort auch Leute entgegen. Welche zwei Leute? Nina und noch irgendwer aus Admin. Ich wollte halt runter, dann war es aber schon fertig. Ich war erst oben rechts, ihr müsst mich auch gesehen haben, weil ich bin reingelaufen und hab gesagt, oh, hier sind schon Leute, dann bin ich zurück. Und irgendwie, man stand an den Camps, da muss ich mich auch gesehen haben, weil ich bin kurz stehen geblieben. Und damit man mich verrunden kann. Mehr stand an den Camps. Ich glaub, Nina ist es nicht. Und Becci hab ich halt auch gesehen in MadWave, wo wir uns zusammen gestandt haben mit den Flashchen und in der Runde danach. Also wenn Juli jetzt ein Poster wäre, wäre das ziemlich doof, wenn sie jetzt reported hätte, weil es hätte ja nur noch ein Klick. Ja, wo ist sie denn? Bei welchem O2 denn? Also ich glaube, Juli ist es nur. Bei oben rechts standen Leute. Also nicht im Admin, sondern im O2-Raum. Äh, Nina? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nur gesehen, oh, da stehen schon zwei. Also ich hab schon direkt gesehen, dass da zwei stehen. Aber es können da zwei gewesen sein. Da muss ich mal ganz schnell was fragen. Juli, als du in der Admin warst da und der gestorben war, war Nina da drin? Ich bin noch mal wo. Du warst gerade in Admin, Juli. War Nina auch dort? Ja, Nina war im Admin. Ich hab den ersten O2 ausgemacht, also mit Juli zusammen. Okay, ah, das hab ich nicht mitbekommen, weil ich in den Camps war. Ich hab gar keinen Alarm mitgekriegt, weil ich hab ja nämlich grad gedacht, weil eigentlich könnte das, wenn es ja eine O2-Leiche ist, dann könnte das ja auch, weil Nina war relativ lange in Admin, aber was das jetzt auch erklärt. Aber wer hat denn gesagt, ich bin da als letztes rausgekommen? Dann muss es ja die Person gewesen sein. Ich würde auf jeden Fall, klingt komisch, aber ich würde irgendwie Mischa gerade als erstes rauswählen. Ich würde tatsächlich dich wählen, weil ich finde es schon ein bisschen komisch, dass du schon wieder die Leiche reportest. Ja. Ja, die dritte jetzt, ne? Und dann behauptet, dass ich da gestanden habe. Ich hab da überhaupt nicht gestanden. Becky, du kamst mir im Cafeteria entgegen. Nicht... Okay, dann wir haben verloren. Ja. Mann, ey. Ich hab's nur gesagt. Es war Mischa. Ich hab sie als geist. Ich hab sie gesehen. Es war Mischa, ich hab sie als geist. Es war Mischa, ich hab sie als geist. Es war Mischa, ich hab sie als geist. Ich will kein Imposter sein. Ich will kein Imposter mehr sein. Ich hab mich so abfluchen und am Meckern, weil mich das einfach so stressig fühlt. Es liegt an dem Haaren. Mich hat das auch gestresst. Weil ich mir so dachte, jetzt muss ich mich ihn umbringen, damit Mischa nicht alles alleine machen muss. Und dann hat man voll den Puls. Ich lerne aus Perustinan.